Hasta la ma, hallo wuchachos, ein wunderschönen guten Reis! Es ist wieder Zeit für Rainbow Six Siege, Rank 27 of X auf Oregon im Triple Squad zusammen mit Mabossa und Engin, hallo! Moin Freunde! Ja, wenn ihr mich hört in R6, heißt es eigentlich meist, ich hab irgendeinen Fehler gemacht. Ja gut, in der letzten Folge hat Deko irgendwas mit einer Nate erklärt und meine Ohren waren irgendwie wieder auf Durchzug gestellt. Deswegen wollte ich meinen Fehler hier korrigieren. Ich hoffe, das ist okay für euch. Also für euch, ne, falls ihr Termite seid und ihr wollt einen Breach aufmachen, wo oben was frei ist, ja? Also nicht die ganze Wand reinforced ist. So wie zum Beispiel das auch ist bei Theme Park im Thronsaal. Ja, da kann man nämlich hier oben, wenn Termite-Ladung dran ist, hier oben eine Contact-Nate dran schmeißen, dann geht die Termite-Ladung kaputt. Aber ihr könnt die Termite-Ladung einfach im Hocken anbringen, dann ist sie zu weit unten und wird von der Contact-Nate nicht erwischt. Ein wunderschönen Hakuna meine Tata-Buchachos. Ein wunderschönen Hakuna meine Tata-Buchachos. Ein wunderschönen Hakuna meine Tata-Buchachos. Gut, dann wollen wir mal wieder, ne? Also ich habe jetzt schon wirklich seit Jahren nicht mehr gezockt, kann man sagen. Also so anderthalb Wochen habe ich, glaube ich, wirklich nicht mehr gezockt oder eine Woche. Ja, vorher redest du, ey. Ich meine, richtig kalt, ey. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Game funktioniert, ey. Wie heiße ich eigentlich? Hallo? Wer bin ich? Mr. Tata-Buchachos? Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie die jetzt hier die Verstärkung haben wollen. Ich mache mal komplett zu. Oh, Beinswändigkeit ist wieder da. Ne, will sie nicht, will sie nicht, will sie nicht. Okay. Hier, 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 hol dir. Ja, geht aus dem Weg, Junge. Wer wollte denn da gerade schießen? Okay, Leute, dann würde ich sagen, keine einzige Rotation ist da. Doch. Hier ist eine Rotation. Hier auch noch? Oh, da gibt es da keine mehr. Muss nicht unbedingt. So, okay, Muchachos. Bon, reist. Der erste Runde. Ihm beginnt. Check in der Beschreibung aus. Hin zu unseren Partnern. Hin zum Workshop. Hin zum Workshop. Zu Aimboost gönnt ihr euch, Muchacho, 10 Rabattcode für 10% Rabatt. Und, äh. Oh, ich richtig, ja. Perfekt. Er hat mich safe nicht gesehen. Ich habe einfach nur, okay, anscheinend hat er mich doch gesehen. Auf der Cam. Weil er direkt dahin geahmt hat. Ich habe mich nicht mal so ein. Mal richtig gepingt. Vielleicht auf Whitesairs dann, ne? Ja, auf Whitesairs vielleicht was, ja. Oder? Ich enden gerade hin auf jeden Fall. Okay. Small Tower Grimm. Ich habe mich mal wieder für Mozzie entschieden, weil... Hast du irgendwo eine Cam eigentlich? Ja. Ich habe gesehen, ich habe mal einen Ace gemacht mit Mozzie. Ich dachte, ich... In den acht Jahren. Irgendwann gab es mal mit Mozzie einen Ace. Und ich zockte da nicht viel, deswegen... Oh. Oh. Äh, Big Tower. Ja, das. Nice. Ja, ist nur noch Grimm. Grimm war ja irgendwo Small Tower. Small Tower hat jemand gesagt. Das war ich, ne? Digga, okay. Ja, das war nicht die letzte. Nice. Aber das ist wirklich eine Gegend. Ja, ist Small Tower. Small Tower. White, nein. Ja, hier. Ja, okay. Richtig voll gesprayt. Ich versuche hinterher zu gehen. Ich versuche hinterher zu gehen. Mach das. Ich höre gar nichts. Der ballert von draußen irgendwo. Big Window, glaube ich, oder? Ja, Big Window. Nice. Nice, Digga. Digga, der leckt hoch, Alter. Er wird neuer Mosse-Mane, ey. Ja. Die Rowny hat nur 15 Schuss. Das ist eigentlich gar nicht, ey. Ja, ich bleibe bei der Kommando, ey. Das ist richtig scheiße, Alter. Das ist richtig scheiße. Das ist mir ein bisschen zu risky bei meinem Aim. Mit 15 Schuss. Ja. Na ja, Muchachos, man muss ehrlich zu nicht sein und seine Schwächen kennen, ja? Warum bin ich so schlecht? So scheiße, Alter. Man muss es ja nicht schwerer machen, als es ist. Wo sind die Drohnen? Eine zerstörte ich. Hoh. 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 Ha. Hoh. Eine Drone-Ski habe ich übernommen. Sehr schön. Versuch's mal mit der noch. Mhm, mhm, mhm. Und ich verpieße mich. Hier wäre ich auch noch ein Reinforcement hier so, gar nicht schlecht so. So, ich bin dann mal weg, Guys. Warum haben wir hier nicht? Wollte eigentlich auch roamen gehen, aber vielleicht sollten nicht so viele weghauen. Aus dem Mechmatuch. Mardat. Ich nix mag. Maverick is dead. The Capgun Trap. Lol. Alles gut. Oh, geil. Fick mich, fick mich. Geil, 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 geil. Wuhu. Ich habe eine Brava-Drohne übernommen. Machst du jetzt meine Gadgets damit kaputt? Ich mache jetzt alle deine Gadgets kaputt, ja. Lol. Ich habe die zweite Brava-Drohne mit der ersten Brava-Drohne übernommen. Hä? Hä? Wie geil ist das denn? Hä? Nein, die ist wieder zurückgegangen. Wie unfair ist das denn? Geht nicht. Nein, komm mir. Ich bin noch hier, du Lappen. Ich schlick's da. Hallo? Oh, fuck. Braucht ihr auch eine Hilfe? Wo kommen die denn alle? Braucht ihr auch eine Hilfe, oder? Ja, Bunker auf jeden Fall noch. No, Matt. Ich schlick's erstmal. Mozzie pusht. Äh, äh, Monty pusht. Hier. Ja, ich komme. Pillar, Pillar, Pillar. Jo, habe ich. Nein! Oh! No, Matt. Nicht gesehen. Im Bunker. Lauf durch. Los, lauf. Ah, wir sehen den weg. Nee, dann chill ich hier, ne? Ich war schon tot. Ich hätte noch ein tolles Leben, die, Alter. Ach, ich hätte einfach zu viel hinwerfen sollen. Nein, ich weiß nicht. Nicht ein Leben. Sie hat wirklich ein Leben. Nicht, nicht da. Einmal an, kitzeln, wenn es die droht. Hinter dir. Ja. Links, links. Ja. Nice. Wallhacks. Schönen Ding. Der schon gehört, der. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. Hallo, ich bin Mr. Cringe. Wie geht's euch? Aber, Alter, das war gerade richtig merkwürdig. Ich habe, das muss eigentlich, ich habe die Brava-Drohne übernommen mit meiner Spinne, bin dann rumgefahren, habe die zweite Brava-Drohne gesehen im Bunker, die hat mich aber gar nicht angeguckt. Dann habe ich sie übernommen, und als das Teil durchgelaufen war, war meine Brava-Drohne wieder ihre Brava-Drohne. Ich habe jetzt keinen Plan, ob man selber das nicht machen kann, oder ob er das Zeitgleiche mit der anderen Brava-Drohne auch gemacht hat. Aber, also wie gesagt, er hat mich gar nicht angeschaut mit seiner Brava-Drohne, die hat in die andere Richtung geschaut. Vielleicht war das irgendwie ein Bug, weil ich angezeigt oder so. Scheiße, jetzt habe ich Bennett ge- Das ist doch gar nicht so blöd. Aber, Bennett ist umgeben. Ja. Können wir die Wand hier ein bisschen besser zuhalten. Fuck, und ich muss hier irgendwie ein Loch einmachen. Warte bei Scan, welcher Muschikopf. Es ist Glück, dass ich kein Mossi bin gerade, ey. Dieser Legsnacken. Auf jeden Fall keine Wände mehr? Krasse, ey. Und, ey, Hedge ist zu. Oh. Castle Camp da oben in Small Tower. Mal schauen, wie lange der lebt, ey. Mal sehen, ey. Die sterben beide wahrscheinlich. Oh, komm, bau da weiter ab. Ich hoffe, dass ich wirklich auf Termite kriege. Oh, da... Maverickt einer. Hm? Hm? Irgendwo Maverickt einer. Wo ist irgendwo? Ja, keine Ahnung. Am Fenster. Draußen hier auf der Seite. Also auf der Südseite. Hm, smäck mal. Smäck mal gerne. Oh, das war dein Blackbeard sogar. Nein, ach man, fickt mich, ey. So schlecht. Blackbeard ist tot. Schön. Im Kinderzimmer oben. Ja, ist... Die Ram, Alter. Ich bin so schlecht. Oh. Soll ich da was aufmachen? Hier soll ich hier aufmachen, Nico? Äh, kannst du, musst du aber nicht. Also die Hedge ist wie in... Ram, Ram jetzt ist Mortower. Gut, das war die Ram. Da hat sich das Warten auf jeden Fall gelohnt. Bellamore. Ah! Marmorisier! Rechts, rechts, rechts. Ja, hat sie. Boah, hab ich erschrocken. Ich hab da... Ich hab da random einfach nur durchschossen. Warte da wirklich, Dinger. Und da einfach nur eine Rotation machen. Oh, ich hatte richtig eingecotet, ey. Auf, äh, Meeting, Meeting House. Meeting wäre dann ja ungefähr hier, ne? Äh, ja, die war schon hinten beim Big Tower, beim Gang wieder. Ja, absolut nichts zu hören hier. Ja, echt auch was. Ja, jetzt geht Marvin rum, Alter. Oh, schau. Ach, da war auf, ne? Okay. Das war das offene Lachsjahre. Ah, das war ja nur eine Hibana-Scheiße. Hätte er überhaupt durchgekommen? Da wäre er nicht durchgekommen, ne. Mmh. Digga, kaum picke ich mal einmal nicht Mossi, mache ich keinen einzigen Kill. Und jetzt sind wir im Angriff und ich kann keinen Mossi picken. Oh, das ist sad, ey. Ich hab irgendwie Bock auf Sense. Aber irgendwie ist Sense auch schwierig gleichzeitig. Ja, ich muss wahrscheinlich Ace picken. Oh, ich glaube, ich nehme Sense und gehe einfach Big Window. Ace für den Breach. Und Diffuser habe ich. Meinst du, das kriegen wir hin? Big Window, Breach. Ja, Plan, meine ich. Ja, Big Window plant mit... Am Big Window will zu planen. Ja, also richtig, also richtig oldschool, ey. Da brauche ich natürlich Backup, Leute, ne? Backup, Backup. Ja, also ich würde tatsächlich zum normalen Breach gehen. Würde aber nur mit Ace ein Fenster reinmachen. Also so wie die war da gerade ungefähr. Dass ich von da aus durch den ganzen Raum durchaimen kann, wenn die zu dir rüber wollen zum Diffuser. Okay, dann spawne ich erstmal... Das wäre Junk... Ja, ne, das wäre Construction. Nee, Junkyard. Junkyard, ja. Da musst du noch rumswitchen, ne? Ich will nur wissen, ob die, ähm, Mozzie haben. Alibi? Okay, Alibi ist mir egal. Ey, nicht Mozzie, Warden. Weil wenn die Warden haben, dann kann ich eh meine Hände einpacken. Oh, die Bitschen raus bei Garage. Mira. Ja, peaking. Peaking out, right on ping. Wo ist right on ping? Warte. Ah da, Garage. Garage. Ist right on ping. Ist right on ping. Still. Habe ich den Prefire trotzdem nicht bekommen. Weiß nicht, ob ich's noch versuchen soll. Nicht mehr da. Das Fenster ist auch ein bisschen. Passplan, Big Window. Jetzt schon. Ich würd's gleich machen, ja. Also, hier ist nämlich gar keiner. Ich weiß nicht, ob ich breachen kann, ne? Mann. Mal Zeit. Also, ja, mach auf. Dann, hast du aufgemacht? Da hat was aufgemacht? Nee, noch nicht. Ich muss gerade einmal kurz dronen. Hier ist ein Alibi-Klon. Ja, du, ich brauch jetzt langsam den... Auf der Seite den Druck, ne? Sonst kann ich nicht reingehen. Ja. Die haben ein Mira-Fenster. Ah, jetzt ist nämlich Alibi da. Ah. Fick mich, ey. Bin jetzt bereit. Okay, okay. Alibi rechts. Einmal angefrackt. Ruf an, ruf an. Jo, komm. Alibi ist tot. Lock on, Attic. Lock on, Attic. Schön. Der Leasen wollte von hinten raus flitzen. Lock ist in Scheiß. Lock in Scheiß rüber. Alter. Digger, das war doch mal ein geplantes Ding, ey. We... Geist. Ich hab leider den Doc verpasst zu killen, als er von Attic in Charles rüber ist, aber... Ich hab ihn mir noch geholt. Digga, was? Ich bin nicht mehr... Ich bin nicht MVP. Ich bin nicht MVP. Digga, zwei Punkte bist du so weiter als ich. Zwei Punkte. Aber schön geplantet, Marvin. Und die hast du bekommen für den kleinsten Penis der Welt. Aber dankeschön. Ja, und... Ja, und... Honor for Honor, Geist. Letztes Jahr, Honor for Honor. Richtig beschissen, Alter. Wie kannst du... Guck mal, Marvin. Guck mal. Siehst du, wie ich vergebe? Ich hab dir einen gegeben. Ja, ich den nicht. Du warst gar nicht so schlecht. Du warst gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, keiner hat mir gegeben. Ich gebe auch keinen zurück. Ich konnte dir nichts geben. Ich konnte dir auch nicht geben. Aber das war ja so durchgeschäft, Digga. Da mach ich ja glatt mein... Ein... Alpha-Pack auf, das ich noch habe. Digga, fast Platin 1, ey. Digga, da gehörst du aber nicht rein, ey. Das sag ich aber jetzt... Ich gehöre mit vollem Stolz. Da hast du vollkommen recht. Ich gehöre in Emerald 1. Also, wir gehen nochmal... Schön, wir haben ja alle was geschenkt bekommen. Hat dich gehört. Engos, hast du auch irgendwas geschenkt bekommen? Reputation, Jotis. Your standing has changed. Your reputation standing has increased to exemplary. Oh, yeah. Digga, da komm ich nicht ansatzweise rein. Ich hab so viel Griefing-Punkte bekommen. Ich auch. Ich nicht. Ich hab nur eine einzige Meldung gehabt für Griefing. Aber die muss ja jetzt ein Pick sein, anscheinend. Ich bin aber doch geschätzt. Also, ich geh rein in Alpha-Pack und sage... Drei, zwei, eins. Was Blaues. Shit, ich kann nicht mal was Neues. aufmachen, ey. Shit, Bro. Okay. Ich mach einen Bravo-Pack auf. Ne, ich mach noch einen Bravo-Pack auf. Ja, dann mal. Oh, da ist schon ein Lila. Keine Doppelten. Das haben wir im letzten Alpha-Pack-Opening von euch nochmal gehört. Es gibt keine Doppelten. Das wussten wir natürlich. Ja, das haben wir nur nicht gesagt. Gut verstanden. Leder für eine Pistole. Schmutz will ich nicht haben. Dekos dran. Hallo. Okay, muchachos. Wir öffnen den Lachs. Erst ein Alpha-Pack. Damit fange ich auch an. Es ist grün. Das heißt, ich darf sogar anders als Marvin noch ein zweites aufmachen. Ich habe den Greenpeace-Skin für Puls bekommen. Und blau. Da können wir leider keinen mehr aufmachen. Und ich hatte den noch nicht mal. Sapien. Fick mich. Da mach ich auch noch ein Battle. Ein Bravo-Pack, mein ich. Sorry. Auf. Auf grün. Alter, was? Bravo-Pack grün? Digga. Ein Bravo-Pack, was gut ist. Da machen wir noch einen auf. Muchachos, in die Kommentare. Spielt ihr Mossi? Wäre er vielleicht mal eine Wahl für euch? Mein zweites Bravo-Pack ist blau. Ja und ja. Eine Uniform für Echo. Den ich eh nie spiele. Und die Uniform ist nicht mal gut. Aber sie ist auch nur blau. Ja, ich bin fertig. Muchachos, mehr mache ich nicht auf. Ich müsste sparen für Alpha-Pack aufbedingt. Wenn es euch gefallen hat, schmettert die Däumchen nach oben. Der Mossi, er wurde wieder ausgepackt. Habt ihr Bock auf mehr? In die Kommentare. Bis zum nächsten Mal eingehauen. Ciao, ciao. 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 Ciao.